Wir haben uns hier zusammengetan, um über das Thema Denkverbote zu sprechen. Besser als Denkverbote wäre natürlich zu sagen, Sprech- und Schreibverbote, denn in unsere Köpfe kann man bisher noch nicht hineingucken. Denken dürfen wir im Augenblick noch, was wir wollen. Sagen dürfen wir keineswegs mehr alles, was wir wollen. Und mir scheint es sinnvoll zu sein, sich am Anfang zu überlegen, was in einer wirklich freien Gesellschaft die Position wäre zu Sprech- und Denkverboten. Und da denke ich, dass auf seinem eigenen Grundstück und in seinem eigenen Wohnzimmer und mit seinen eigenen Mitteln sollte jede Person in der Lage sein, und es sollte jeder Person gestattet sein, das zu sagen, was immer sie sagen möchte. Und natürlich hat jeder Eigentümer auch das Recht, auf seinem Eigentum zu bestimmen, was nicht gesagt werden darf, was also ausgeschlossen wird von der Debatte. Man hat aber nicht das Recht, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu denken, zu sprechen oder zu sagen haben. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen noch, dass selbst wenn man sagen kann, was man will, das schließt natürlich nicht aus, dass andere Personen Sanktionsmöglichkeiten haben gegen einen. Wenn ich also irgendetwas sage, was einer anderen Person nicht gefällt, hat diese andere Person sehr wohl das Recht, gegen mich zu diskriminieren, mich nicht mehr einzuladen, mich ihrerseits irgendwie anzugreifen. Aber was sie nicht kann, ist eine Strafandrohung gegen mich zu erwirken, weil ich etwas mit meinen Mitteln und mit meinem Eigentum gesagt habe. Da gilt generell die Regel, um ein englisches Sprichwort zu zitieren, Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Also auf Deutsch, Stöcke und Steine können meine Knochen brechen, aber Wörter, Worte können mich niemals verletzen. Das muss die Grundlage einer jeden freien Gesellschaft sein. Wie gesagt, es ist sehr wohl möglich, dass Personen sich durch die Worte anderer Leute beleidigt fühlen, unkorrekt dargestellt fühlen und so weiter. Und sie haben dann ihrerseits das Recht, dagegen Einspruch zu erheben, gegen mich zu diskriminieren und Ähnliches zu tun. Was sie aber nicht haben, ist das Recht, mir zu verbieten, das zu sagen, was ich sagen möchte, auf meinem Grund und Boden und mit meinen eigenen Mitteln. Wir leben aber in einer Zeit, in der wir eine zunehmende Anzahl von Sprech- und Schreibverboten haben. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir eine dritte Partei sozusagen haben, die in das ganze Geschehen eingreift, nämlich der Staat. Der Staat ist die einzige Institution, die sich das Recht herausnimmt, mir zu sagen, was ich auf meinem Grund und Boden mit meinen Mitteln sagen darf oder nicht sagen darf und mich zu bestrafen, wenn ich etwas sage, was den Herrschaften, die den Staat beherrschen, nicht passt. Und davon gibt es mittlerweile natürlich eine ungeheure Vielzahl von Sprech- und Schreibverboten. Es gibt Denkverbote, Sprechverbote in jedem Land. Die Verbote unterscheiden sich von Land zu Land. Es gibt bestimmte Dinge, die ich in Deutschland oder in Österreich nicht sagen darf, die ich nicht mal antippen darf, ohne damit im Gefängnis zu landen. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel ein Historiker wie David Irving, ein bedeutender Historiker wie David Irving, eine Zeit lang in Österreich im Gefängnis gesessen hat, dafür, dass er etwas gesagt hat, was per Gesetz in Österreich verboten ist zu sagen und was per Gesetz in Deutschland verboten ist zu sagen. In Ländern wie der Türkei sind es andere Dinge, die man nicht sagen darf und die dann unter Strafandrohung gestellt werden. In Russland sind es andere Dinge. In der Ukraine sind es andere Dinge. In Amerika darf man sagen, was man will. Man wird aber bestraft dadurch, dass man die wirtschaftliche Existenz ruiniert bekommt. Das heißt also, das Strafmaß, was unterschiedliche Staaten auf einen herunterprasseln lassen, sieht sehr unterschiedlich aus in unterschiedlichen Ländern. Es gibt aber im Grunde genommen kein Land auf der Welt, was von Staaten regiert wird, in dem das gilt, was ich anfangs gesagt habe, nämlich dieser Grundsatz Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me und die also erlauben zu sagen, was immer man für richtig hält, was immer man für wahr hält und so weiter. Es ist kein Zweifel, dass es Unterschiede gibt, aber die Unterschiede sind graduell. Das kann durchaus sein, dass manchen Leuten das nichts ausmacht. Aber ich kenne auch Umfragen aus Deutschland, die darauf hindeuten, dass die Mehrzahl der Bevölkerung der Auffassung ist, dass man nicht mehr frei sich äußern kann, wie auch immer man es gerne möchte, sondern sich unter Druck gesetzt fühlt, den Mund zu halten, weil man fürchtet, dass irgendwelche Sanktionen auf einen herabprasseln. Und diese Sanktionen sind fast immer Sanktionen, die seitens der Staaten durchgeführt werden, die also auch oft dann Firmen zum Beispiel vorschreiben, du, ihr dürft nur Leute einstellen, die dies und jenes von sich geben. Wenn die sich so oder so äußern, dann müssen die entlassen werden, ansonsten kriegt ihr keine Staatsaufträge mehr. Das heißt also, man kann auch die Privatwirtschaft unter Druck setzen zum Beispiel, dass sie gegen Personen diskriminiert, die nichts getan haben, außer ihre Meinung zu sagen, die unpopulär sein mag, nur weil man eben dann, wenn man diese Anordnung staatlicherseits nicht befolgt, fürchten müssen, keine Aufträge mehr zu bekommen, keine Auftritte mehr zu bekommen, nicht mehr bestimmte Einrichtungen mieten zu können, indem man Vorträge hält und so weiter und so fort. Alle Einrichtungen, die sozusagen dem öffentlichen Eigentum zugeschrieben werden, erlauben beispielsweise oder viele öffentliche Einrichtungen erlauben beispielsweise bestimmten Vereinigungen, bestimmten Personen einfach nicht mehr, dass sie dort auftreten müssen, dass sie damit rechnen müssen, dass gegen sie Demonstrationen veranstaltet werden, die teilweise ermuntert werden staatlicherseits, die teilweise sogar finanziert werden staatlicherseits, um andere Personen an der freien Meinungsäußerung zu hindern. Und das hat Ausmaße angenommen, die von Woche zu Woche eigentlich schlimmer werden. Gut, der Staat ist keine Firma. Der Staat ist eine Organisation, die sich aus Zwangsmitteln finanziert. Und Zwangsmittel, also Steuern, sind im Grunde nichts anderes als Diebstahl. Natürlich wird kein Staat sagen, das, was wir machen, das ist Diebstahl. Wenn man sich aber genau anguckt, was Steuern sind, dann unterscheidet sich das von Diebstahl in keinster Weise. Denn man hat diesen Steuern nicht zugestimmt. Es gibt keinen Vertrag, in dem irgendeine Person jemals gesagt hätte, ihr dürft jeden Monat kommen und mir 30 Prozent von meinem Gehalt wegnehmen. Der Staat ist auch keine Institution, die das ganze Land als Eigentum bezeichnen kann, sodass sie behaupten könnte, ihr müsst mehr Miete bezahlen. Und Steuern sind gewissermaßen Mietzahlungen, die entrichtet werden. Dass Steuern und Diebstahl keinen systematischen Unterschied darstellen, erkennt man ja daran, dass Steuerhinterziehung strafbar ist. Wenn es wirklich eine freiwillige Zahlung wäre, dann könnte man ja ausprobieren, wie viel Geld die Leute für staatliche Leistungen ausgeben wollen und wie viel Geld sie lieber für sich selber behalten wollen. Der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Diebstahl und Steuern besteht im Wesentlichen darin, dass Diebe nur gelegentlich vorbeikommen und dann hinterher, nachdem der Diebstahl beendet ist, sich verdrücken. Und man sich beim nächsten Mal darauf vorbereiten kann und möglicherweise sie in die Flucht schlagen kann oder sogar gefangen nehmen kann und sich auf diese Weise gegen Diebstahl wehren kann. Wohingegen staatliche Steuern sind gewissermaßen die Diebe, die einem sagen, nachdem sie einen bestohlen haben, weißt du, in der nächsten Woche komme ich nochmal und dann kannst du dein Geld schon vorbereitet haben und dann in der übernächsten Woche geht das natürlich wieder weiter so. Also es gibt keinen systematischen Unterschied zwischen Steuern und Diebstahl und das stellt natürlich den moralischen Status von Personen, die den Staat vertreten, von vornherein etwas in ein zwielichtiges Licht. Es ist nicht so, dass diese Leute, die den Staat vertreten, irgendwie ein höheres moralisches Niveau haben als normale Privatpersonen, sondern ganz im Gegenteil ein viel niedrigeres. Es ist häufig so, dass Personen zum Beispiel Wohlfahrtsstaatsempfänger ja verächtlich behandeln. Ihr seid ja nur Wohlfahrtsstaatsempfänger. Wohlfahrtsstaatsempfänger arbeiten nicht und werden dafür bezahlt. Aber zumindest richten sie kein Unheil an. Staaten, alle Leute, die für den Staat arbeiten, werden genauso unterstützt wie Wohlfahrtsstaatsempfänger, nur viel höher, mit einem viel höheren Gehalt und bilden sich dann noch etwas darauf ein und richten dann auch noch Unheil an. Das heißt also, jede Menge Gesetze werden verabschiedet, wo man immer leicht feststellen kann, die Firma, die Person wird durch dieses und jenes Gesetz bestraft. Man kann fast jedes Gesetz betrachten und stellt dann fest, es gibt immer Personen, die von diesen Gesetzen profitieren und es gibt Personen, die von diesen Gesetzen beeinträchtigt werden in ihren Einnahmen und ihren Unternehmungen, die sie durchführen. der Staat ist eine Organisation, die für sich das Recht herausnimmt, in allen Konflikten, die jemals auftreten, auch in Konflikten, in denen Staatsangehörige selber verwickelt sind, der letztentscheidende Richter zu sein. Und man kann sich vorstellen, was das Resultat einer solchen Einrichtung ist, wenn man weiß, ganz egal, was ich tue, ich bin der Richter, der darüber entscheidet oder eine andere Person, die von derselben Firma beschäftigt wird, wie ich beschäftigt werde, ist die Person, die dann darüber entscheidet, ob ich Recht gehabt habe oder eine andere Person Recht gehabt habe. Dann nutzt man diese Position aus, indem man einfach Konflikte schürt und dann diese Konflikte und auch Räubereien finanziert und sich dann freispricht, indem eine andere Person, die der gleichen Firma angehört, die Entscheidung darüber fällen lässt, ob man denn Recht gehabt hat mit seinem Eingriff in das Eigentum und das Vermögen anderer Personen oder ob man nicht Recht gehabt hat. Und natürlich kann man den Ausgang dieser Entscheidung im Großen und Ganzen immer voraussagen. Stellen Sie sich vor, ich würde vor das Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, ich möchte keine Steuern bezahlen. Was würde das Verfassungsgericht, wenn Sie diese Klage überhaupt annehmen würden, die würden Sie wahrscheinlich gar nicht erst annehmen, ist ganz sicher, dass Sie natürlich entscheiden, selbstverständlich sind wir berechtigt oder ist der Staat berechtigt, Steuern zu erheben, denn die Verfassungsrichter selber werden ja aus Steuereinnahmen bezahlt. Folglich würden Sie ja sonst eine Entscheidung treffen müssen, die darauf hinaus liefe, ich muss mich selber entlassen, ich muss selber arbeitslos werden, ich muss selber einen Beruf ergreifen, in dem ich Geld verdiene, was Konsumenten freiwillig bezahlen, statt einen Beruf auszuüben, wo ich auf Kosten anderer Leute lebe. Oder gucken Sie sich den Krieg an, der gegenwärtig in der Ukraine und in Russland abläuft. Da sieht es so aus, dass Personen, die auf Kosten anderer Leute leben, also Politiker, ihr Gehalt wird nicht aus freiwilligen Abgaben bezahlt, sondern das sind Steuereinnahmen, die geben dann die Steuergelder anderer Leute aus, um eine Person und ein Regime zu unterstützen, was ihrerseits aus Steuern finanziert wird und was sich dann daran macht, eigene Personen, die sie zwangsverpflichtet haben, in den Tod zu schicken. Solche Leute sind verachtenswerte Leute. Die werden aber hochgelobt. Das können nur Staaten machen. Eine private Person, wenn die sich in Konflikte begibt, wenn die Streitereien mit anderen Personen anfängt, muss die Kosten dieser Streiterei mit eigenen Mitteln aufbringen und wird aus diesem Grunde immer etwas zurückhaltender sein, was eben das Konfliktmachen angeht, was die Kriegerei angeht, was Schlägereien angeht. Eine Person, die die Kosten von Schlägereien, von Kriegen auf andere Personen abwälzen kann, wird sehr viel leichter und sehr viel unbedenklicher in einen Krieg mit tausenden von Toten ziehen. Das ist sozusagen die Hauptanklage, die ich gegen den Staat erheben würde und daraus folgt natürlich auch, dass ich dem Staat jedes Recht absprechen würde, mir zu verbieten, was ich zu sagen habe und was unter Strafe gestellt wird und was nicht unter Strafe gestellt wird. Das Einzige, was unter Strafe gestellt werden darf, sind eben physische Eingriffe in die körperliche Integrität anderer Personen oder physische Eingriffe in das Eigentum anderer Personen. Leben wir in einer Verbotsgesellschaft? Wir leben in einer zunehmenden Verbotsgesellschaft und ich glaube auch, dass die Verbote, die man erlässt, mit einer bestimmten Absicht erfolgen. Gehen wir mal weg von der Kriegsgeschichte. Beispielsweise die Einwanderung, die stattfindet in die westlichen Gesellschaften. Normalerweise würde man sagen, man lädt sich Leute ein, die man sich ausgesucht hat und von denen man erwartet, dass sie das eigene Eigentum, den Wert des eigenen Eigentums, den Wert des eigenen Landes erhöhen. Man lädt sich nicht Leute ein, von denen man mit Sicherheit weiß oder von denen man befürchten muss, dass sie den Wert des eigenen Eigentums, den Wert des eigenen Landes reduzieren. Man darf so etwas in Deutschland praktisch nicht mehr sagen. Mittlerweile verbreitet sich die Einsicht, dass das so ist, dass man sich Leute eingeladen hat, die im Wesentlichen darauf bedacht sind, in die sogenannten Wohlfahrtssysteme einzumarschieren, auf Kosten anderer Leute zu leben, gar nicht selber arbeiten wollen und die sich dann noch nicht mal als dankbar erweisen für das, was man ihnen angedeihen lässt. ist. Ich sehe nicht, es fängt gerade erst an, dass sich diese Einsicht verbreitet, dass man sich möglicherweise selber ruiniert, indem man Riesenanzahl von Personen in das Land kommen lässt, die man sich nicht ausgesucht hat, aufgrund ihrer Qualifikation oder aufgrund ihrer Produktivität, sondern die staatlicher Seite eben von staatlicher Seite einfach eingeladen worden sind oder von staatlicher Seite jedenfalls nicht behindert worden sind an der Einwanderung in das eigene Land. Oder nehmen Sie Beispiele, dass die Regierung sagt, ihr müsst euch alle eine Heizung einbauen, dieser Art oder jener Art. Was dazu führt, dass das Eigentum vieler Leute dramatisch im Wert absinkt, dass sie mit zusätzlichen Kosten belastet werden, denen sie nicht zustimmen würden. Oder gucken Sie sich das an, dass man uns sagt, es gibt den sogenannten Klimanotstand. Wer weiß, was die ideale Durchschnittstemperatur für die ganze Welt ist. Das ist doch vermessen, so etwas zu glauben, dass das jemand weiß. Personen in Grönland werden eine sehr viel andere Auffassung darüber haben, was sie denn gerne für eine Temperatur hätten als Personen, die auf den Malediven leben. Die Vorstellung, es gebe eine ideale Temperatur für die Welt, ist einfach absurd. Ich kann mich mit meiner Frau nicht mal darüber einigen, wie warm das Schlafzimmer sein soll. Sie hätte das gerne wärmer und ich hätte es gerne kühler. Die ganze Vorstellung, kein Mensch bestreitet übrigens natürlich, dass es so etwas wie einen Klimawandel gibt. Den hat es gegeben, solange die Welt existiert hat. Was allerdings eine sehr gewagte Hypothese ist, ist, ob welchen Anteil der Mensch an der Klimaerwerbung hat. Es gibt jede Menge Physiker, jede Menge Meteorologen, jede Menge Naturwissenschaftler, die der Auffassung sind, dass diese ganze Vorstellung, dass CO2 dafür verantwortlich ist, dass es zur Klimaerwärmung kommt, die das für kompletten Unsinn halten. Nur hat staatlicherseits ist mittlerweile eine ganze Industrie aufgebaut worden, die davon ausgeht, dass es gar keine andere Antwort auf diese Frage gibt und dass man aufgrund einer völlig ungesicherten Hypothese die gesamte Wirtschaft umbauen muss, manche Betriebe einfach einstellen muss, das ist etwas, was eben auch nur möglich ist, indem es einen Staat gibt, der Millionen von Personen vorschreiben kann, was sie in ihrem privaten Leben zu tun haben und das wird vorgeschrieben von einem Personenkreis, die nicht die geringste Qualifikation haben auf diesen Gebieten. In Deutschland haben wir einen Kinderbuchautor, der Wirtschaftsminister ist. Der versteht nichts von Wirtschaft. Wir haben eine Außenministerin, deren einzige Qualifikation ist, dass sie einmal gut im Trampolinspringen gewesen ist. Wie können solche Leute an die Macht kommen? Da muss man sich fragen und ich habe ein Buch geschrieben, ein kleines Büchlein, kann ich ja empfehlen, ich darf ja ein bisschen Werbung machen, mit dem Titel Wettbewerb der Gauner. Wir wollen Wettbewerb haben, wenn es um die Produktion von Gütern geht. Da ist Wettbewerb gut. Wir wollen aber keinen Wettbewerb haben, wenn es um die Produktion von Ungütern geht. Politiker sind aber Personen, die Ungüter produzieren. Wenn sie Güter produzieren würden, dann würden Leute sie freiwillig für das bezahlen, was sie tun. Keiner allerdings bezahlt Politiker freiwillig, sondern, wie gesagt, sie leben von Steuern. Also, wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass ich diese ganze Klimadebatte für absurd halte, dass ich den Einfluss der Menschen auf den Klimawandel für ganz gering halte, wenn überhaupt, dass die Leute glauben, sie könnten das Klima beherrschen, halte ich für größenwahnsinnig. Und man sollte also in der Hinsicht gar nichts tun. Diese Klimakleber können zum Beispiel nicht mal beantworten, wie es möglich gewesen ist, dass die letzte Eiszeit geendet hat. Zu dem Zeitpunkt hat es keine Autos und Flugzeuge gegeben und keine Fabriken und dennoch sind die Temperaturen deutlich angestiegen. Offensichtlich hat das also wenig mit dem Einfluss von Menschen zu tun. Was die Klimakleber angeht, ist es so, immer dann, wenn man öffentliches Eigentum hat, was ja eigentlich nichts anderes ist als staatlich verwaltetes Eigentum, hat man sofort ein Problem. Bei Privateigentum ist immer klar, auch wenn das von mehreren Personen gleichzeitig besessen wird, also Privateigentum kann natürlich auch das Eigentum von Organisationen sein. Bei Privateigentum ist immer klar, wer bestimmt, was auf dem Privateigentum geschieht und nicht geschieht. Bei öffentlichem Eigentum gibt es automatisch Konflikte. So, es gibt die eine Gruppe möchte gerne sich festkleben, die Autofahrer möchten gerne Auto fahren. Die eine Gruppe möchte für X demonstrieren, die andere Gruppe möchte auf demselben Platz für Y. demonstrieren. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen im beiderseitigen Einvernehmen. Das ist der Grund, warum Privateigentum generell einen ungeheuren Vorteil bietet, wohingegen jedes Gemeineigentum automatisch zu Konflikten führt, weil man nicht alle unterschiedlichen Wünsche der Leute, was mit diesem Gemeineigentum getan wird, abdecken kann. So wie es unterschiedliche Auffassungen gibt darüber, was mit Gemeineigentum gemacht wird, kommt es notwendigerweise zu Konflikten. Was nun diesen Konflikt mit Klimaklebern angeht, da scheint es mir ganz sicher zu sein, dass die Personen, die Schaden anrichten und Kosten verursachen, dass die natürlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen, für den Schaden aufzukommen haben, für den Polizeieinsatz aufzukommen haben und so weiter. Dasselbe sehe ich auch so bei denen, die uns die sogenannten Seenotretter auf dem Mittelmeer, die uns dann beglücken mit einer großen Anzahl von Leuten, die niemand eingeladen hat. Diese Personen sollte man mit ihren Booten sofort wieder dorthin schicken, wo sie hergekommen sind. Man sollte die Kapitäne verhaften, man sollte die Boote beschlagnahmen und den, falls noch irgendwelche Leute kommen, die man nicht eingeladen hat, sollte man sie den Personen ins Haus setzen, die öffentlich dafür plädiert haben, dass man unbedingt mehr von diesen Herrschaften im eigenen Land benötigt. Man sollte also Herrn Nehammer die Flüchtlinge auf den Hals schicken, Frau Merkel die Flüchtlinge auf den Hals schicken, Herrn Scholz, Frau Baerbock, Herrn Habeck, alle ihre Häuser sollten voll gemacht werden mit den Leuten und sie sollen dann für die Kosten selber aufkommen, statt anderen Leuten die Kosten aufzubürden für Entscheidungen, die sie gefällt haben. Aber wie gesagt, bei den Klimaklebern würde ich genauso verfahren, die sollen für die Kosten aufkommen und wenn es tatsächlich so ist, wie es auch schon in Fällen gewesen ist, dass zum Beispiel Krankenwagen nicht durchfahren konnten, weil die Straße von Klimaklebern gesperrt worden sind, dann sollte man die möglicherweise auch mit Strafen bis zum versuchten Totschlag oder so etwas bestrafen, denn dafür sind sie tatsächlich verantwortlich, also für die Todesfälle, die dann daraus resultieren, dass Krankenwagen nicht an die Destination kommen können, schnell kommen können, für die sie unbedingt an die Destination wollen. Da sollte man hart durchgreifen, genauso wie bei diesen Seenotrettern, die uns ständig mit neuen Gästen beglücken. Das Ganze gilt übrigens auch in der Türkei. In der Türkei hat man genau dieselben Probleme, die man in Deutschland auch hat. Hier gibt es auch eine ungeheure Anzahl von Flüchtlingen, die nicht erwünscht sind in der Türkei und die von der Bevölkerung abgelehnt werden, dass sie hierher kommen. Das ist also keineswegs so, dass das nur etwas ist, was in Deutschland stattfindet. Nein, das findet in vielen Ländern statt. In Amerika findet es auch statt. In Amerika werden auch ungeheure Anzahl von Leuten in das Land hereingelassen, die eigentlich nicht eingeladen sind, die aber von Regierungen eingeladen werden, gewissermaßen, weil man weiß, weil man will, dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung ändert und damit auch das Wahlverhalten. In Amerika werden Leute reingelassen, weil die Demokraten annehmen, dass alle Leute, die nach Amerika über die mexikanische Grenze kommen, hinterher die Demokraten wählen werden. In Deutschland die Grünen und die Sozialisten Parteien laden sich diese Leute ein, weil sie der Auffassung sind, die werden in großer Mehrzahl hinterher für uns stimmen. Und der Hintergedanke dann ist auch noch der, dass man die Heterogenität der Bevölkerung erhöht oder die Homogenität der Bevölkerung zerstört. Und die Homogenität der eigenen Bevölkerung muss man zerstören, um an einer Zentralisierung zu arbeiten. Es gibt ja, wenn man sich anguckt, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft wird ja immer weiter, zieht immer mehr Befugnisse an sich. Dagegen gibt es natürlich nationale Widerstände. Wir wissen, dass die Ungarn stimmen mit manchen Dingen nicht überein, die Österreicher stimmen mit manchen Dingen nicht überein. Um aber die Zentralisierung weiter voranschreiten zu lassen, muss man die Homogenität der Bevölkerung, das österreichische Nationalgefühl, das deutsche Nationalgefühl, das türkische Nationalgefühl, das muss alles untergraben werden, weil man dann umso leichter eben dazu kommt, eine weitere Zentralisierung der Entscheidungsmacht von Nationalregierungen auf Brüssel oder im Endeffekt auf eine Weltregierung zu übertragen. Ich kann dann nicht mehr mit meinem Geld tun, was ich tun will. Und Leute gehen mit ihrem eigenen Geld sparsam um. Leute gehen mit dem Geld anderer Leute nicht sparsam um. Es ist leicht, das Geld anderer Personen auszugeben. Da ist man ungeheuer großzügig. Bei den eigenen Ausgaben ist man immer darauf bedacht, ist denn das, was ich kaufe, hat das auch eine hohe Qualität. Wenn man das Geld anderer Leute ausgibt, ist man nur daran interessiert, sofern das einen selbst betrifft. Das heißt, ein Bürokrat kann sich einen Schreibtisch kaufen oder sich sein Büro einrichten, dann kommt es auf Kosten gar nicht an. Je teurer, um so besser. Wohingegen jede Privatperson, die ihr eigenes Geld ausgeben muss für die Einrichtung ihres Zimmers sich natürlich überlegt, kann ich mir das auch wirklich leisten? Das andere, es ist ja nicht nur Steuern, es gibt dann noch eine zweite Finanzquelle des Staates und das ist das Gelddrucken. Dafür gibt es Zentralbanken und Zentralbanken sind gewissermaßen Einrichtungen, die professionelle Geldfälscher sind. Die dürfen sich das Geld einfach drucken und natürlich drucken sie das. Stellen Sie sich vor, ich würde Sie zum Vorsitzenden der Zentralbank machen und sagen, nur Sie dürfen Papiergeld drucken, kein andere Person darf Papiergeld drucken außer Ihnen. Ja, was würden Sie dann machen? Erstens würden Sie natürlich Geld drucken, ganz klar, Sie können ja sich alles Mögliche leisten. Sie werden dann auch feststellen, dass sie viel mehr Freunde haben, als sie jemals gedacht haben. Denn auch die werden dann sofort vor 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 stehen und sagen, du hast doch jetzt den Zauberstab in der Hand, ich hätte auch gern einen Mercedes, ich hätte auch gern einen BMW, ich hätte auch gern einen Zweitwohnsitz auf Mallorca und so weiter. Aus diesem Grunde sind Zentralbanken natürlich sehr beliebt in gewissen Kreisen. Die Konsequenz von Zentralbanken ist natürlich Inflation. Je mehr Geld in Umlauf gebracht wird, umso höher steigen die Preise. Und nicht nur das, man kann auch sagen, wer von dem Geld drucken profitieren wird und wer nicht. Es ist nämlich so, dass diejenigen, die das neu gedruckte Geld als erstes in die Hand bekommen, können noch zu den bestehenden niedrigeren Preisen kaufen, dann rippelt das Geld durch die Ökonomie und diejenigen, die am Ende das Geld kriegen, sind die dumm. Denn diejenigen, die am Ende des Geldflusses sind, die haben schon viel höhere Preise zu zahlen in der Zwischenzeit, während ihr Einkommen in der Zwischenzeit natürlich in keiner Weise angewachsen ist. Also, dass wir ein Phänomen haben, in dem die Reichen immer reicher werden und die Armen ärmer. Ein Großteil der Erklärung besteht einfach darin, dass natürlich die Zentralbanken geben das Geld erst mal an die Banken weiter, die Banken geben das an ihre Großkunden weiter, die Großkunden geben das dann an ihre Großkunden weiter, aber diejenigen, die ein fixes Einkommen haben, sind diejenigen, die darunter am meisten leiden. Also, Staaten haben zwei Einkommensquellen, das eine ist Diebstahl und das andere ist Geldfälschung. Ich wüsste nicht, wie er dadurch unsere Demokratie stabilisiert durch die Steuern. Demokratie selber ist eine sehr fragwürdige Einrichtung. Was heißt Demokratie? Demokratie ist eine Form des Sozialismus. Eine Mehrheit bestimmt, wem etwas gehört, wie viel von mir weggenommen wird oder von ihnen weggenommen wird und wem es verteilt wird. Das war übrigens die Auffassung von fast allen politischen Ökonomen und politischen Philosophen bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass Demokratie nichts anderes ist als eine milde Form des Sozialismus. Nicht nur das, es ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil diese Demokratie ist ja noch mal dadurch gekennzeichnet, dass man anonym über das Eigentum anderer Personen abstimmt. In den Volksversammlungen, die es ganz am Anfang des Schweizer Systems gegeben hat, wo die Leute auf den Marktplatz gegangen sind und dann mit Handzeichen gestimmt haben, das und das wird gemacht, da musste man seinen Nachbarn ja noch ins Auge gucken. Die wussten ja, wer wie gestimmt hat. Mittlerweile muss man den Personen gar nicht mehr ins Auge gucken. Es ist alles anonym. Wir wissen gar nicht, wer von wem stehlen will. Aber natürlich ist es eine Aufforderung, ihr dürft euch alles wünschen, ihr braucht nur eine demokratische Mehrheit und dann nehmen wir uns von den Leuten weg und dann nehmen wir uns von den Leuten weg und so weiter. Die Demokratie widerspricht auch dem ist es das zehnte Gebot, ja ich glaube das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nachbars, Eigentum, Pferd, Esel, was auch immer dort aufgezählt wird. Wenn man das nicht begehren soll, dann darf es keine Demokratie geben. Dann gibt es das, was man eine Privatrechtsgesellschaft als eine Privatrechtsgesellschaft bezeichnet. Das heißt, eine Gesellschaft, in der alle Personen gleich sind vor dem Recht. Gegenwärtig haben wir ja eine Situation, in der es keineswegs der Fall ist, dass alle Personen gleich sind vor dem Gesetz. Es gibt manche Leute, die dürfen das Geld anderer Personen sich aneignen. Die dürfen sich an Diebstahl beteiligen. In einer Privatgesellschaft würden sie als Diebe bezeichnet werden. Man eine Wehrpflicht hat beispielsweise. Eine Wehrpflicht ist nichts anderes als eine zeitlich begrenzte, möglicherweise zeitlich begrenzte Sklaverei. Wenn eine Privatperson das machen würde, würden sie sofort eingesperrt werden. Wenn das ein Staat macht, dann gilt Wehrdienst Verweigerung als ein kriminelles Delikt. Wohingegen in einer Privatrechtsgesellschaft kann ich natürlich selbstverständlich haue ich ab, werde mich dagegen wehren, dass man mich zu einem Zwangsdienst heranzieht. Viele Leute zahlen ja gar keine Steuern. Der gesamte öffentliche Dienst bezahlt keine Steuern. Die leben von Steuern. Die kriegen zwar einen Gehaltszettel, da steht drauf Brutto und da steht Netto, aber das ist nur eine Fiktion. Das gesamte Nettogehalt, was sie erhalten, kommt aus Steuern. Und wir haben mittlerweile eine Situation, wo es nur noch eine Minderheit in den westlichen Gesellschaften gibt, die tatsächlich Steuern zahlen. Der Großteil der Bevölkerung ist mittlerweile ein Nettosteuer Empfänger. Und natürlich werden die nichts gegen einen Staat unternehmen, weil sie wissen, die Zahlungen hören ja in dem Moment auf, wenn ich mich rebellisch gegenüber den staatlichen Maßnahmen zeige. Darum hat man auch zum Beispiel dafür gesorgt, dass man ein Rentensystem hat, was nicht funktioniert, wie man normalerweise eben für sein Alter vorsorgt. Personen sparen für ihr Alter und leben dann von den Ersparnissen, die sie im Laufe ihres Berufslebens angehäuft haben, wenn sie alt sind. Und sie können sich darauf verlassen, dass es einen Familienverband gibt, der ja sowas ist wie ein Sozialversicherungssystem. Wir haben dagegen in den westlichen Ländern ein Rentensystem, was gegenwärtig arbeitenden Leuten das Geld wegnimmt und sofort an Personen, die im Ruhestand sind, ausgezahlt wird. So sind also alle Rentner abhängig in gewisser Weise vom Staat und sind aus dem Grunde auch zuverlässige Wähler für alle sozialistischen und umverteilerischen Parteien, weil sie wissen, ja was würde denn mit meiner Rente passieren, wenn keine Steuern mehr eingenommen werden, wenn die Leute nicht Sozialabgaben machen müssten, die Leute, die im Arbeitsprozess stehen und da wir jetzt eine Bevölkerungsstruktur haben, in der es immer mehr Alte gibt und immer weniger Junge gibt, kann man sich ausmalen, dass das ganze Rentensystem eines Tages zwangsläufig zusammenbrechen muss. Da haben sich dann unsere klugen Politiker ausgedacht, oh, da holen wir uns dann die ganzen Ausländer rein. Aber wenn die Ausländer eben nicht zum Arbeiten kommen, sondern wissen, die wissen das ja schon, wenn sie kommen, du brauchst in Deutschland und in Österreich nur zu sagen Asyl, Asyl und schon wird dir eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die Heizung wird bezahlt, du kannst umsonst ins Krankenhaus gehen und wenn du für jedes Kind kriegst, du dann auch noch zusätzliche Zahlung, ja warum soll man dann noch arbeiten gehen? Dadurch wird das Rentensystem also nicht gerettet, sondern ganz im Gegenteil, das Problem, was sich sowieso schon angebahnt hat, wird noch viel dramatischer in Zukunft auf uns zukommen, als das ohnehin der Fall gewesen wäre. Also ich würde vorschlagen zum Beispiel, dass man eine ganz starke Dezentralisierung einführt, dass wenn man schon Politiker hat, wenn man schon Demokratie hat, sollte das möglichst auf lokaler Ebene durchgeführt werden. Wenn man die Staatenwelt anguckt, ich bin dafür bekannt, dass ich das schon oft wiederholt habe, wünsche ich mir ein Europa der tausend Lichtensteins. Kleine Staaten müssen besorgt sein, dass produktive Leute bei ihnen bleiben und nicht abwandern. Große Staaten, je größer der Staat ist, wenn man vorstellt, man hat einen Weltstaat, dann gibt es gar keine Möglichkeit mehr, mit den Füßen gegen einen Staat abzustimmen, weil man ja, wo immer man geht, dieselbe Steuer- und Regulationsstruktur antrifft. Je mehr Konkurrenz es unter Staaten gibt, je leichter es ist, für Personen mit den Füßen abzustimmen, umso vorsichtiger und netter müssen die Staaten gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung sein. Man ist bedacht darauf, produktive Leute anzuziehen und unproduktive Leute nicht ins Land zu lassen. Man ist bedacht darauf, konkurrenzfähig zu bleiben. Die Europäische Union ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer- und Regulierungsstruktur immer stärker angeglichen wird. Die Konkurrenz zwischen verschiedenen Staaten wird immer geringer. Auch die Einführung des Euros hat diesem Zweck gedient. Man hatte früher einen Goldstandard. Der große Vorteil des Goldstandards bestand darin, dass Regierungen, Staaten, Gold nicht aus dem Nichts schaffen können. Der Goldstandard ist abgeschafft worden, nicht weil er irgendwelche fehlerhaften Eigenschaften hat, sondern genau aus diesem Grund, dass man Gold nicht beliebig vermehren kann. Deshalb hat man ein Papiergeld eingeführt. Mit dem Papiergeld, das kann man beliebig vermehren. Die Einführung des Papiergeldes, das Abgehen vom Goldstandard hat übrigens auch ermöglicht, dass man viel leichter in Krieg ziehen kann. Denn ansonsten hätte man ja den Krieg eben durch Gold finanzieren müssen, durch Anleihen bei der Bevölkerung. Indem man Geld drucken kann, kann man leicht eben auch Kriege finanzieren. Da erscheint es mir wichtig zu sein, dass man Personen, die abweichende Meinungen haben, von dem, was man angeblich zu glauben, zu denken, zu sagen und zu schreiben hat, dass man denen ein Forum gibt, dass man auch diese Leute ausreden lässt, dass man gesunden Menschenverstand wieder walten lässt und dass man zu dieser Einstellung kommt, die ich ganz am Anfang betont habe, Sticks and Stones can break my bones, aber Wörter können mich niemals verletzen. Leute dürfen sagen, was sie wollen und man darf sie dafür nicht bestrafen. Und was die Weltlage angeht, bin ich dafür, dass die Zentralisierung der Macht in immer größeren Einheiten sollte bekämpft werden und man sollte die Idee eines Europas oder einer Welt der Tausend Lichtensteins befördern. Deutschland sollte aus der EU austreten, Österreich sollte aus der EU oberst treten, so ähnlich wie Großbritannien das gemacht hat. Man sollte Kärnten selbstständig sein lassen, mehr Rechte den Provinzen geben als dem Zentralstaat. Man sollte die staatliche Gewalt immer stärker auf örtliche Größen reduzieren statt darauf zu bauen, dass man immer größere politische Einheiten kreieren muss. Ein Beispiel dafür Deutschland zum Beispiel war im 19. Jahrhundert in über 30 Staaten zersplittert. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl 38, 39. Goethe zum Beispiel hat in seinen Briefen Erzählungen mit Eckermann betont, dass gerade diese Zersplitterung Deutschlands dazu geführt hat, dass Deutschland das Land war, in dem es eine blühende Kultur gegeben hat, in dem es verschiedenen Fürstentümer und so etwas, jedes wollte das beste Theater haben, die beste Universität haben, die besten Gelehrten anziehen und Goethe vergleicht, diese Äußerungen sind ungefähr so um 1830 gemacht werden und vergleicht das mit Frankreich, was ein zentralisierter Staat gewesen ist und sagt, guckt euch an die blühende kulturelle Landschaft in Deutschland, wo jedes kleine Ländchen da den besten Chor, die beste Bibliothek und so was haben will und vergleicht das mit Frankreich, wo alles in Paris zentralisiert ist und das flache Land ist dunkel, nichts funktioniert da und die haben nichts vorzuweisen. Dasselbe trifft im Grunde auch auf Italien und die Einigung in diesen Ländern ist ja durch Krieg erfolgt. Deutschland ist geeinigt worden, nicht weil man sich freiwillig geeinigt hat, sondern ein Krieg ist durchgeführt worden und ist dadurch erst ein Einheitsstaat gewesen. Dasselbe 1860 ist erst Italien vereinigt worden, das bestand vorher auch aus verschiedenen Stadtstaaten. Italien war ein blühenderes Land, kulturell gesehen, zu dem Zeitpunkt, als das heute der Fall ist. Also kleine Einheiten befördern die kulturelle Vielfalt und die kulturelle Konkurrenz und bringen auch wissenschaftlich mehr hervor, als das große Zentralstaaten sind, wo sich ein paar Personen, die politischen Führer sind, glauben, dass sie wissen, welche Forschung gefördert werden soll und welche Forschung nicht gefördert werden soll. Das ist vielleicht ein, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Vor kurzem habe ich gelesen in einer deutschen Zeitschrift, dass es in Deutschland zehn Lehrstühle für Kernphysik gibt und über 170 Lehrstühle für Gender Studies. Das würde in einem Deutschland des 19. Jahrhunderts mit 39 Kleinstaaten niemals passieren, dass irgendjemand ein solches verrücktes Experiment anrichten würde, dass man Disziplinen wie Kernphysik kaum noch finanziert, dafür aber eine Unzahl von Lehrstühlen hat, die sich mit Gender Studies beschäftigen. Goethe ist mein Zeuge dafür, dass Deutschland und Österreich und ganz Europa besser dran wären, würde man sich an diesen Ratschlag halten. Keine Zentralisierung, sondern Dezentralisierung brauchen wir. Naja, also das war natürlich jetzt ein, wie soll ich sagen, ein sehr freies Gespräch mit auch teilweise unorganisiert. Dennoch hoffe ich, dass das so einige Denkanstöße bei dem Publikum verursachen wird. Ich bin ganz sicher, dass viele Leute mich verurteilen werden und mich wie das üblich ist, natürlich als Extremisten, Verrückten, Knallkopf und so etwas bezeichnen werden. Aber das ist das Schicksal vieler Leute, die etwas Interessantes zu sagen, zu etwas Interessantes zu sagen haben. Und immer nur das zu wiederholen, was ich in jeder Tageszeitung von immer den gleichen Leuten lesen kann oder mir irgendwelche Talkshows anzugucken, in denen immer die gleichen Leute auftreten, die immer gleich nichts wissen von dem Gebiet, über das sie reden. Im Gegensatz dazu hoffe ich, dass ein klein bisschen Unterhaltungswert und Aufklärungswert in dem gelegen hat, was ich jetzt hier kundgetan habe.